Farmpass Season 36 startet ab morgen und ich habe für euch heute schon einen neuen Farmpass hier am Start. Oh, das sind die ersten Weihnachtsdekorationen dabei und vor allem auch richtig, richtig gute. Also die gefallen mir wirklich sehr. Das sind mit die besten Dekorationen, die wir jemals in einem Farmpass haben. Da lehnt ihr mich, glaube ich, nicht sehr weit aus dem Fenster, weil die sind echt geil. Also wartet ab. Kleine Info noch, letztes Mal gab es ein paar Probleme, weil ich euch auch da den Farmpass gezeigt habe, aber ich hatte da halt alles Maximum, also Küken-Gutscheine und Erweiterungserlaubnisse. Deswegen war es beim letzten Video so, dass man die im Pass nicht gesehen hat. Das ist jetzt aber nicht der Fall. Also jetzt sehen wir die Küken-Gutscheine auch, die Erweiterungserlaubnisse, also so wie der Farmpass auch sein sollte, weil die wurden beim letzten Mal einfach ausgetauscht. Und jetzt gehen wir einfach die Belohnung durch mit dem im Hinterkopf. Also wir haben jetzt alles normal, wie auch sonst der normale Farmpass. Deswegen gehen wir einfach mal durch. Hier fünfmal schon diesen Weg. Die zeige ich euch gleich auch nochmal ganz normal. Den Weg finde ich echt cool. Auch den nochmal kostenlosen fünfmal. Sehr nice. Da oben jetzt die Küken-Gutscheine zu sehen. Das war, wie gesagt, letztes Mal blöd, weil ich hatte die Maximum, deswegen waren die da nicht im Pass drin. Ja, ein bisschen hat sich wieder hier verändert. Also ich gucke jetzt auch eigentlich das erste Mal mit rein. Also eigentlich so das zweite Mal genau. Stadthilfe ist wieder sehr, sehr weit vorne. Talrad drehen, ja, ist immer so um die 180, 200 rum. Ich habe ja schon so viele Vergleichsvideos gemacht, ne. Das ist ja echt schon krass. Dann hier der Wikinger-Helm, Hörner-Helm, einzigartige Dekoration für unsere Haustiere. Zeige ich euch gleich auch nochmal genau. Ja, anpassbare Deko hier, Podest-Deko. Oh, Diamanten jetzt ganz schön weit unten. Das war ja letztes Mal bei 550 oder so. Okay. Das haben wir das mal bei sehr früh. Das haben wir das mal sehr früh. Es kommt noch ein Farm-Pass-Vergleichsvideo. Ja, Rosie und der Nestmeister haben wir da getauscht. Und da haben wir die nächste, die guckt euch den Baumann mit den Vögeln. Also das finde ich echt cool. Also die Vögel sehen zwar creepy aus, sehen wir gleich nochmal, wenn die Dekoration steht. Aber, ja, das ist schon cool. Und dann guckt euch die beiden Dekorationen an. Leute, was ist das denn? Das Vogelhaus mit den Vögeln. Und das Rentier. Ey, das Rentier ist so geil. Ich feier es, wirklich. Ich feier es. Und hier oben habe ich übrigens Baupläne, weil die habe ich auch nicht Maximum. Wenn ich das auf Maximum hätte, wie bei meiner ersten Farm, würde da auch Geld sein. Aber, oh, das Rentier. Okay, wir gucken uns jetzt auf der Farm an. Dann haben wir hier den Weg einmal, so sieht der aus. Ähm, hier einmal so getrennt. Kann man auch, also kann man nicht drehen tatsächlich. Ich dachte, den könnte man drehen. Weil das sah hier auch so aus. Aber, okay, nur wenn die verbunden sind, drehen die sich. Okay, finde ich echt komisch. Also den finde ich ein bisschen komisch. Weiß nicht, ob der mir gefällt oder nicht gefällt. Aber ihr könnt es mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Dann hier der Wikingerhut. Bei Katrin natürlich wieder. Wo sieht das aus? Also den finde ich eigentlich ganz nice. Und dann kommen wir schon zur ersten Dekoration hier in diesem Vogelhaus. Wo die Vögel rumfliegen. Wie gesagt, die Vögel sehen ein bisschen creepy aus. Weil das ist aber auch so ein bisschen mit dem weißen Hals so. Übereinander steht. Aber so an sich. Coole Dekoration. Und dann der nächste, nächste Vogel Dekoration. Dieser Baum. Oh, der ist auch cool. Zwar die gleichen Vögel. Aber der hat was. Also ich finde, der Baum hätte noch ein bisschen größer gemusst. Weil wir haben ja schon andere Bäume im Spiel. Damit der ungefähr auf einer Ebene ist. Quasi nur so aussieht, als wenn da ein bisschen Schnee drauf wäre. Weil so sieht man halt, dass ein anderer Baum ist. Das ist ein bisschen schade. Und dann zu guter Letzt. Oh, die hier ist Deko, ey. Oh, mein Gott. Also, die finde ich echt cool. Also, die hat was. Also, da müsst ihr mal eure Meinungen reinschreiben. Gerne in die Kommentare. Denkt an den Creator-Kopf, wenn ihr euch dem Morgen gönnt den Farmpass. Danke fürs Zusehen. Haut rein, Leute. Ciao.